Wir lernen neue Details über die chaotischen Evakuierungen in den letzten Tagen der USA in Afghanistan. 1.450 Kinder wurden in die USA ohne Eltern evakuiert. Viele dieser Kinder wollten mit der Familie fliehen, wurden aber dann in diesem Chaos separiert von den Eltern. Die Kinder könnten nun auch mit anderen Familienmitgliedern, mit Sponsoren und auch anderen hier leben. Auch 250 sind nach wie vor in US-Gewahrsam. Es ist unklar, wenn, wie oder ob sie jemals ihre Familie wiedersehen werden. Um diese humanitäre Krise in Afghanistan zu besprechen, ist Dr. Ramiz Alakmanov, der UN-Spezialbeauftragter für Afghanistan. Schön, dass Sie da sind. Die Situation in Afghanistan, die UN hat seit Monaten Alarm geschlagen. Auch die humanitäre Krise in Kabul und Afghanistan. Erzählen Sie uns, wie gefährlich ist die Situation zurzeit in Afghanistan? Ja, die Situation ist nach wie vor schlecht. Mehr als die Hälfte der Population ist in Unterernährung oder in einer Art von Unterernährung oder haben auch limitierten Zugriff auf Essen. In den Wintermonaten haben Kinder auch keinen Zugriff auf Essen. Dann kommen sie ins Spital und dort gibt es keine Heizung und dort ist das wieder ein Herd für Infektionen. Was wir sehen, ist eine sehr starke Wintersituation am Boden. Die Menschen haben keine Löhne bezahlt bekommen in vielen Sektoren. Wir tun unser Bestes, um hier auch Assistenz zu sorgen. Aber der Winter hat die afghanische Bevölkerung hart getroffen. Was bedeuten die Sanktionen gegen die Kaliban auch für ihre Anstrengungen hier, um den Menschen zu helfen, die es brauchen? Die Adoption der neuen Lizenzen hier ist auf jeden Fall eine Bewegung in die richtige Richtung. Wir hatten einen guten Zugriff und diese neuen Lizenzen, die wird uns helfen, auch hier die Wirtschaft von Afghanistan nach oben zu fahren. Und die Menschen müssen wieder zur Arbeit gehen und auch wirtschaftliche Transaktionen hier tätigen, damit auch die Banken funktionieren. Ich glaube, wir sind in einer besseren Situation. Die Immunitären aid ist nicht ein Substitut für die countrys Economy.